Das ist ein neuer, ganz modernes Bankomat. An diesem können Sie nicht nur auszahlen, sondern auch einzahlen. Auch Münzen ist überhaupt kein Problem. Auch brauchen Sie nicht für jedes Konto eine einzelne Karte. Mit unserer Debit Mastercard von Agrewis können Sie bis zu drei Konten nicht mit einer Karte bedienen. Haben Sie Ihre Karte mal zu Hause vergessen? Oder ist sie defekt? Oder möchten Sie auf ein Drittkonto einzahlen? Alles das ist überhaupt kein Problem. Kommen Sie zu uns rein und wir helfen Ihnen gerne. Unser ganzes Team steht Ihnen als Unterstützung weiterhin zur Verfügung. Ergänzt wird unsere persönliche Beratung neu mit einer Videoberatung. Das macht unser Angebot für Sie noch flexibler und verkürzt Ihre Wartezeit, wenn mal alle Mitarbeitenden besetzt sind. Gerne möchte ich Ihnen vorstellen, wie das funktioniert. Grüezi, mein Name ist Gina Raimondo und ich bin Kundenbetreuerin Front Office. Heute betreue ich Videoberatung von Wiel und Rapperswil und Paltar-Bütschwil. In diesen Niederlassungen hat es keinen klassischen Bargeldschalter mehr. Wir können uns aber von St. Gallen aus per Video zuschalten. Dank den Bewegungsmeldern von Ort erkennen wir, wenn sich etwas tut. Wir sind hier in unserer Niederlassung in Wiel, in der wir unsere Videoberatung bereits in Betrieb haben. Wenn Sie hier auf den Knopf drücken, erscheint am Bildschirm ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von der Akrevis, der für Sie zur Verfügung steht. Wir probieren es gleich schnell aus miteinander. Hallo, Alcolina. Hallo, Gina. Herzlich willkommen in der Niederlassung Wiel. Danke viel, vielmals. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater an der Videoberatung stehen Ihnen als erste Anlaufstelle zur Verfügung, wenn Sie Unterstützung brauchen. Egal zu welchem Thema, wir helfen Ihnen sehr gerne. Sobald es um vertrauliche Informationen geht, bittet wir Sie, ins Besprechungszimmer zu wechseln. Im Besprechungszimmer kann ich die Ideen des Kunden prüfen oder ein Dokument ausdrücken. Bei Anliegen von Bankgeschäften wie einer Kontoröffnung, ziehe ich einen Kundenberater von Ort bei. Danke vielmals, Gina. Danke sehr, Alcolina, für den netten Besuch. Am 27. Juni weihen wir unseren Neuempfangsbereich ein und freuen uns, wenn Sie dann bei uns reinschauen. Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie von unseren Neuerungen profitieren können.